Hallo, ich bin Lionel. Ich will heute ein Experiment mit Büroklammern vorführen. Ich bin sieben Jahre alt und mit einem ganz normalen Stück Klopapier und fünf Büroklammern. Dann fang ich an. Dann müssen wir kurz warten. Also man sieht, so zwei sind jetzt untergegangen, das Papier ist jetzt untergegangen, die zwei waren nicht so gut und die drei Büroklammern, die sind jetzt oben, weil das Wasser hat so eine Haut, eine ganz dünne und wenn man die jetzt so durchbricht, die spürt man nicht, wenn man die durchbricht, dann geht das unter und wir gehen unter, weil wir zu stark sind für die Haut und dann geht die kaputt und das mit dem Büroklammern, das ist nicht so. Aber ich glaube, die anderen zwei sind untergegangen, weil die aneinander gekettet sind, oder? Die sind schwer. Die zwei sind untergegangen, weil die aneinander gekettet sind und die sind schwer und dann geht die Haut kaputt. Es sind so ganz kleine Punkte, die dann so zusammenspannen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. IAYάλception. Ich bin einpar mountain.